Der Dundee Talk mit Daniel und Dirk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dundee Talk. Und es ist wieder der Dirk dabei. Hallöchen Dirk. Hallöchen Daniel. Hallo Zuhörer. Hallo YouTube. Hallo YouTube, genau. Ja, der zweite Teil der Harztour ist auf nächste Woche mal verschoben. Da waren wir ja noch nicht ganz fertig. Wie, noch nicht ganz fertig. Wir haben den Häuberten Talk erst einmal gehabt. Also mindestens ein Teil wird noch folgen, aber das verschiebt sich auf nächste Woche. Ja, nee, wir haben uns jetzt kurz mal beratschlagt und es kamen tatsächlich seit langem mal wieder Zuschauer-Themen rein. Und zwar gleich zwei auf einmal. Genau, und da dachte man, die zwei können wir zusammenlegen. Genau, weil über das eine Thema können wir eh nicht wirklich viel reden, aber dafür über das andere. Man kann Empfehlungen abgeben, ja, auf jeden Fall. So, genau. Dann sag doch mal die Themen einfach. Oder stehen die schon im Titel, für die, die schon lesen konnten? Also im Titel wird wahrscheinlich das größere Thema angesprochen werden. Also da wird das größere Thema drinstehen. Aber zunächst einmal zu dem Thema, wo wir nicht ganz so viel schreiben. Chrisbo hat auf Spotify gefragt, in welchem Land gilt was beim Betreten von Lost Place? Und ja, das ist deshalb so ein kurzes oder ein kürzeres Thema, weil wir uns auch nicht in allen Ländern mit der Gesetzeslage darüber auskennen. Wir kennen halt ein paar Erfahrungen, die wir gemacht haben. Genau. Und ja, deswegen können wir natürlich auch nur Empfehlungen aussprechen. Die mir halt aus unserer Erfahrung raus haben, wann, wie, wo ist es bei uns, bei uns Hausfriedensbruch und wann wissen wir, dass wir de facto A, keine Anzeige kriegen oder B, die Anzeige abgesagt, abgelehnt wird. Abgelehnt wird oder, ja, abgelehnt, genau. Wobei ich tatsächlich ehrlich gesagt, also ehrlich sagen muss, soll man das in die Welt rausnehmen, posaunen, was man darf und was nicht? Ja. Ich finde, da kommt dann der eine oder andere dann doch eher auf die Idee, ach, dann mache ich das auch, der sich vielleicht vorher doch nicht getraut hätte. Weil es ist ein absolut heikles Thema. Richtig, definitiv. Du begehst auf jeden Fall immer Hausfriedensbruch. Genau, und das ist definitiv immer ein Antrags, also es ist immer eigentlich eine Straftat, die allerdings... nur auf Antrag verfolgt wird. So viel ist auf jeden Fall mal gesagt. Genau, und dann ist es nämlich dann auch abhängig davon, wie gehst du ins Haus, mit was gehst du ins Haus, durch welche Tür, durch welches Fenster. Weil selbst wenn du ein angelehntes Fenster hast und drückst das Fenster auf und steigst ein, ist es schon kein Hausfriedensbruch mehr. Genau, in dem Sinne. Also Einbruch ist es ja eigentlich erst dann, mit der Absicht, dass du was rausnimmst. Weil so weit kann man ja sagen, Einbruch ist erst dann, wenn du irgendwo reingehst, mit der Absicht, was zum Entwenden. Erst dann spricht man von Einbruch, weil Einbruch gibt es im Gesetz eigentlich gar nicht. So in dem Sinn nicht, ne. Also das ist halt, Einbruch muss immer mit einer zweiten Argumentation oder mit einem zweiten Delikt in Verbindung stehen. Und da gibt es halt dann eben das Problem, es gibt das gewaltsame Eindringen, dann ist es halt Einbruch mit Sachbeschädigung und dann gibt es den Einbruch, also mit der Absicht, etwas zu klauen. Und dann ist es Einbruch mit Diebstahl, beziehungsweise auch mit schweren Diebstahl. Und beides in Kombination ist Einbruch mit Sachbeschädigung und Diebstahl. Genau, und dann gibt es so andere Dullis, die in die Gegend rumfahren mit einem Wagenheber und brechen halt einfach mal eine Tür mit dem Wagenheber auf. Und sind dann noch sogar so dreist und laden das auf YouTube hoch. Aber anscheinend hat das der Richtige noch nicht gesehen, weil das Video ist a, immer noch online und b, er hat immer noch keine Anzeige gekriegt. Weil das, finde ich, ist eine Stufe, die zu weit geht. Die geht definitiv zu weit. Wie gesagt, das ist schon für uns auch immer ein mulmiges Gefühl, wenn man durch ein Fenster durchgeht. Weil du brauchst halt wirklich nur einen sehr, 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 sehr schlecht gelaunten Staatsanwalt, beziehungsweise Richter auch haben, der halt wirklich genervt ist von einem. Oder weil es halt schon die zweite ist, die er von dir auf dem Tisch liegen hat. Dann kann der da halt wirklich auch schon mal sagen, okay gut, was warst du und jetzt zahlst du. Das ist halt, was viele Urwechser immer nie so dran denken, der Einstieg durchs Fenster ist kein normaler Hausfriedensbruch. Sicher, wir steigen 80 Prozent übers Fenster ein, weil das... Verrate jetzt hier nicht so viel. Ja, es ist ein paar Videos ja auch zum Sehen. Immer mal wieder, ja. Aber da kommt es halt dann drauf an, ist nur ein Fenster auf, sind alle Fenster auf, fehlen die Türen. Es sind überhaupt Fenster drin. Es sind überhaupt Fenster drin, genau. Und dann ist es halt auch tatsächlich, der Eigentümer, wenn er sein Haus wirklich schützen will, muss es einzäunen, es muss ein Schild dastehen. Und deswegen ist bei mir, ich sage jetzt mal zu 95 Prozent, die Sache gelaufen, wenn ich einen Zaun sehe, der rundherum läuft und alle drei Meter steht ein Schild, kein Zutritt, verboten, bla bla bla. Die Videoüberwachungsbilder, die interessieren mich nicht. Das ist relativ egal, weil die müssen zum einen erst ausgewertet werden und... Das dauert viel zu lang und aber es ist halt, du begibst einen schärferen Hausfriedensbruch, nenne ich es jetzt mal so, wenn du über einen Zaun drüber steigst. Selbst ein Loch im Zaun ist härter, als wenn kein Zaun da ist. Definitiv. Das ist, wenn man der lapidare Spruch, ja solange am Zaun entlang gehen, bis ein Loch kommt. Wenn dann das Loch endlich da ist, gehen wir natürlich auch nicht da durch. Ach, nein, also würden wir nie, würden wir nie tun. Oh, das ist zwar echt nicht leicht. Habe ich noch nie gemacht. Nein. Ja, natürlich gilt auch... Es kommt natürlich auch immer darauf an, was es für eine Location ist. Genau. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ich habe es ja jetzt in den aktuellen Fall gesehen. Ihr habt ja das letzte Video von Daniel gesehen. Der Daniel hat ja jetzt das Video von dem Hotel online gestellt, wo wir damals mit dem Jorik zusammen erwischt worden sind. Richtig. Auf meinem Zweitkanal kommt da demnächst das Uncut-Video. Ich habe ja daraus zwei Videos gemacht. Und bei mir kommt da demnächst das Uncut-Video, wo ich quasi beide Videos zusammenschmeiße. Und dann sieht man das, dass wir die Location uns anschauen, anschließend erwischt werden. Weil das habe ich ein bisschen unvorteilhaft geschnitten. Ich habe mir aber was dabei gedacht. Aber das kam bei euch halt nicht so an, so wie es ich mir gedacht habe. Deswegen kommt da jetzt auf meinen Zweitkanal die Uncut-Folge. Ja, es ist halt, wie gesagt, ihr dürft es einfach nicht vergessen, es ist und bleibt einfach illegal. Aber in der Sache muss man auch klipp und klar sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Sofern wir uns auf das Minimum an Straftat beschränken. Genau. Das ist halt auch das Wichtige. Immer auf das Minimum. Das hat man ja auch aktuell schön gesehen an der Harztour, wo ich mit dem Jorik war. Ich wollte es gerade sagen. Es gibt Krankenhäuser und es gibt Krankenhäuser. Es gibt Krankenhäuser, die sind schon seit zehn Jahren lost. Sie sind aber de facto kein lost place. Und es gibt Krankenhäuser, die sind zwei Jahre zu oder offen und waren vor zehn Jahren schon ein lost place. Richtig. Da muss man im Jahr auch immer aufpassen. Der Jorik war zum Beispiel auch in einem Krankenhaus drin, wo plötzlich der Hausmeister unten kam und die Mülleimer ausgeleert hat. In dem Krankenhaus ist nichts mehr. Da sind keine Patienten und gar nichts mehr. Aber um das Haus wird sich gekümmert. Richtig. Und dann ist es eigentlich de facto kein lost place. So ein Ausschlusskriterium, wenn sich um ein Haus gekümmert wird, interessiert es mich nicht mehr. Ja, ist so. Es gibt diese Videos, geschlossen, lost place, wo sie dann reingehen. Sicher ist es mal geil, wenn du irgendwo bist in einem Haus, was schon seit 15 Jahren leer ist, wo sich auch kein Mensch mehr kümmert, aber der Strom immer noch geht. Das ist schon faszinierend. Gut, aber in einem Hotel, das jetzt fünf Jahre lang leer steht, auch wenn der Wasserdurchbruch schon ist, aber der Strom immer noch geht und da regelmäßig der Hausmeister danach schaut, ist es eigentlich ein Ausschlusskriterium. Gut, mit unserem Hotel damals haben wir es erst im Nachhinein erfahren, dass sich dein Hausmeister drum kümmert. Aber gut, das ist, ja. Hast du dem Hotel nicht angesehen, dass sich da regelmäßig jemand drum kümmert? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich da jemand drum kümmert. So hat es jetzt nicht unbedingt ausgesehen. Der Schalter, dass es regelmäßig zu ist. Genau, so. Also, das hat man halt immer wieder. Der Eigentümer, dass der mal hinschaut und aufgemachte Fenster zumacht, ist ja auch gut, weil er hat halt die Verkehrssicherheitspflicht auch. Haben wir auch immer wieder, aber das kommt dann auch immer ganz klar auf alle, in welchen Abständen das macht. Wenn er das jede Woche macht oder alle zwei Wochen, ja, dann würde ich es dir nicht empfehlen. Wenn er das aber nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre nur macht und du siehst, okay, das ist vor zwei Jahren zugemacht worden und daneben ist das Fenster auch schon seit einem Jahr offen, ja, dann ist es natürlich ein bisschen was anderes. Wenn er das jedes halbe Jahr macht, dann ist es, dann ist ihm das Haus im Prinzip egal. Er will halt nur nicht, dass da drin was passiert und er dafür haftbar gemacht wird. Für haftbar gemacht wird, ja. Nämlich meistens den Leuten, denen geht es gar nicht darum, dieses Haus zum Erhalten oder dieses Haus nochmal herzunehmen. Denen geht es einfach darum, die können sich die Abrisskosten nicht leisten. Und die wollen halt einfach nicht, dass in ihrem Haus ein Unfall passiert, weil sie der Verkehrspflicht nicht nachgekommen sind und dann dafür haftbar gemacht werden können. Kann man. Wenn wir in einem Hotel oder in einem Lost Place reingehen und wir brechen uns da irgendwie in den Knochen oder ich stoße mir an dem Türstock die Birne an, könnte ich theoretisch den Eigentümer dafür haftbar machen. Und das teilweise nicht nur du, sondern das kann sogar die Krankenkasse. Das, ja, je nachdem, wie du dich, wo du warst, weil dieses Gebäude nicht ordnungsgemäß abgesichert wurde, dass man nicht reinkommt. So dumm, wie es sich anhört, aber so sind halt die deutschen Gesetzeslage. Richtig. Ich wollte dir noch gerade was sagen jetzt. Red du mal schnell, ich muss gerade überlegen, was ich sagen wollte. Überlegen. Ja, also dementsprechend, es ist halt immer, wie du es sagst, eine Grauzone. Es kommt auf die Location an, es kommt auf das, ja, wie sagt man, das, natürlich auch auf deinem Verhalten in diesem Lost Place an, also respektvoll damit umzugehen. Das ist natürlich auch ein Punkt, klar. Ganz, ganz wichtig. Aber es kommt halt eben auch auf das Erscheinungsbild an. Und wenn ich jetzt halt einfach merke, ich stehe vor so einem Lost Place und das hat sich seit zehn Jahren nicht verändert und seit zehn Jahren gibt es keinen Eingang. Ja, dann wird das einen Grund haben, warum das der Fall ist. Genau, das war das mit diesem Krankenhaus, was ich mit Jorik gesehen habe, das, wo wir zwei schon mal waren und auch nicht reingekommen sind. Und da ist aber auch kurioserweise nicht irgendwo eine Scheibe eingeschlagen worden. Gar nichts, obwohl das ja wirklich so abgelegen auf so einem Berg ist, da wo links rum gar nichts ist. Kilometer weit wohnt da keiner, da ist auch keiner, aber da ist keine Randale, da ist gar nichts. Außer wenn du am Eingang hinkommst, also zum Hotel einfahrt, steht in den Scheiben oben drin kein Lost Place. Ja, das war damals aber bei uns nicht, oder? Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich wollte dich eigentlich jetzt fragen, ob das bei uns da schon war. Ich kann mich nicht erinnern. Da kann ich mich nicht erinnern, nee. Dieses Krankenhaus ist schon seit mehreren Jahren lost und da ist auch kein, das Dach ist nicht undicht. Nee, gar nichts. Da ist halt schon seit Jahrzehnten, glaube ich, nichts mehr drin, aber es ist tatsächlich immer noch zu. Und das andere Krankenhaus, was wir gesehen haben, was ja der Chinese gekauft hat und das ja schon seit zehn Jahren umbauen will, da gehen ab und zu mal oder versuchen ab und zu mal welche, die Scheibe einzuschlagen. Aber da muss anscheinend relativ schnell dann auch einer da sein und die Scheiben wieder zumachen. Ja, da gibt es eben auch einen Hausmeister, der da regelmäßig hinfährt eben. Das ist genauso ein Lost Place. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein angestellter Hausmeister ist oder ob das irgendein Nachbar ist oder so. Aber da ist regelmäßig einer, der da durchgeht und da wirklich schaut. Was mich jetzt nicht davon abhalten würde, dass ich mir dieses Hotel oder dieses Krankenhaus trotzdem anschauen würde, weil es ja doch interessant ist, aber ich muss halt dann mit einer härteren Strafe rechnen, wenn ich erwischt werde. Richtig, richtig. Es muss auch jedem klar sein, sicher, wir sind schon in einigen Gebäuden drin gewesen, wo der Hausmeister kommt, aber man muss dann damit rechnen, dass wenn dann der dicke Hammer kommt, der etwas größer und schwerer ist. Ganz genau. Also prinzipiell, das habe ich auch jetzt eben in diesem Video, was ich online gestellt habe, auch in den Kommentaren immer wieder gelesen, die einen meinen, ja, wenn wir da drin nichts machen, dann ist das ja legal. Nein, es ist und bleibt einfach Hausfriedensbruch. Das ist vollkommen egal. Aber natürlich ist, wenn du da drin nichts machst und du machst nur deine Filme und Fotos und gehst wieder raus und hinterlässt es so, wie es war und bist auch nirgendwo eingebrochen oder hast was beschädigt, die Wahrscheinlichkeit einer geringen Strafe ist natürlich dann höher. Brauchen wir auch nicht drüber reden, das ist auch klar. Eine geringe oder vielleicht sogar gar keine. Gar keine, je nachdem. Also wir sind ja, ihr habt es ja im Danielsein im letzten Video gesehen, wenn nicht, geht es sofort auf den Danielsein Kanal und schaut euch das Video an. Nach dem Podcast, nach dem Podcast natürlich. Genau, jetzt hört es euch noch unser Gesappel an und dann schaut es euch das Video vom Daniel an. Da sind wir ja in Flagranti erwischt worden. Da war die Polizei da und alles Mögliche und hin und her. Und trotzdem ist die Anzeige abgelehnt. Fallengelassen worden. Oder fallengelassen worden. Weil wir halt auch keinen Schaden gemacht haben. Wir haben nicht randaliert. Wir sind im Prinzip in das Haus rein, haben unsere Aufnahmen gemacht und sind wieder raus. Warnt der Polizei gegenüber auch fair? Dem Eigentümer, beziehungsweise dem Makler, weil nicht so ganz fair, weil der ging mal tierisch auf den Sack. Ja, nicht nur dir. Aber es wäre wahrscheinlich trotzdem besser gewesen, wenn du ab und zu mal nichts gesagt hättest. Findest du? Ja, manchmal konnte ich mich nicht zurückhalten. Also manchmal. Ja, aber es gab auch mal diese eine Szene mit der Polizistin. Aber es ist wie eine Sucht. Das fand sie dann nicht so lustig. Ach so, wo ich das dann gesagt habe. Ja, okay. Ungünstig. Oh, ich schmeiße meinen Dampfer runter. In manchen Dingen sollte ich echt lernen, die Schnauze zu halten. Aber ich bin jetzt 53 und habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Meinst du, dass sich das die nächsten drei Jahre ändert? Nein. Also ich habe zumindest die Hoffnung aufgegeben und ich vermute, du selber auch. Ja, ich bin lang. Bist du derjenige, der sagt, ich soll die Klappe halten. Ich weiß, dass ich es nicht kann. Und wir hatten da ja auch schon die Diskussion, dass wir halt einfach auch die Vermutung hatten, dass die Polizistinnen, die beiden einfach nur deshalb so streng und hart mit uns umgegangen sind, um auch den Makler da ein bisschen zu besänftigen. Weil der war ja gleich von Anfang an. Also was der ja alles verlangt hat, war halt, wo selbst die Polizistinnen kurz davor waren zu lachen und zu sagen, jetzt ist gut. Ja, weil er wollte ja, dass unsere Kamera konfiziert wird. Und dass wir die Daten löschen müssen. Und dann habe ich noch gesagt, nee, nee, also da sind andere Objekte auch noch drauf. Ich kann die Speicherkarte jetzt nicht löschen. Ja, das sind richtig andere Videos und dann hätte er ja verlangt, dass wir mir deswegen auch noch angezeigt werden und weil sowas geht nicht und ja, aber das ist halt, das klingt jetzt auch wieder blöd. Ja, das ist auch nicht erlaubt, aber er ist nicht der Eigentümer. Und er kann dagegen nichts tun und die Polizei auch nicht. Und das ist halt das, wo wir ja immer dieses Ganze ausnutzen können. So ein bisschen, so ein bisschen. Es gibt halt noch eine ganz wichtige Sache, die man vielleicht noch erwähnen muss. Es kann halt auch jederzeit passieren, dass wir eine Anzeige im Nachhinein durch das Video kassieren. Ja, sowieso. Wenn er seine Location erkennt in dem Video, dann kann er das im Nachhinein immer noch machen. Eine ganz normale Verjährungsfrist von drei Jahren gilt. Also die ersten zwei Jahre von meinem Kanal und die ersten drei Jahre von deinem Kanal sind jetzt da schon raus. Also da geht nichts mehr. Aber alles, was bis dahin passiert ist, kann noch angezeigt werden. Allerdings auch da natürlich nur vom Eigentümer. Genau, da auch nur vom Eigentümer und keinem anderen. Ich glaube, ich habe schon drei Anzeigen erhalten und ich weiß gar nicht, ob das Anzeigen waren. Auf jeden Fall bin ich von einer dritten Person quasi angezeigt worden, dass ich Einbruch gemacht habe und Diebstahl. Und das ist ja beides fallen gelassen worden, weil es war A, kein Einbruch und B, kein Diebstahl. Diebstahl, richtig. Wobei man natürlich auch, also ich auch ganz ehrlich immer zugebe, der Daniel wahrscheinlich auch, wir sind ja immer ganz froh, dass es ab und zu mal einen Idioten gibt, der dort einbricht. Ja, weil ohne den würden wir nicht reinkommen. Würden wir nicht reinkommen. Genau, also das ist halt, ja. Ein bisschen profitieren wir davon. Wer ist jetzt auf der rechten Seite und wer ist nicht auf der, also auf der gerechten Seite, muss man ja sagen, und wer ist auf der ungerechten Seite. Wir machen auch nicht immer alles ganz recht. Nee, absolut nicht. Also auf die Moralschiene wollen wir uns da gar nicht begeben. Das ist das Hobby und ich habe es auch schon ein paar tausend Mal erwähnt, ich habe eine sündhaft teure Rechtsschutzversicherung, ich habe eine gewerbliche Rechtsschutzversicherung. Ich kann mir dadurch einen guten Rechtsanwalt leisten, wenn irgendwie was ist. Ich habe, ich klopfe mal schnell auf Holz, bisher noch nie gebraucht in dem Fall. Aber ich fühle mich halt da ein kleines Stückchen sicherer. Sicherer, weil er zumindest die Strafe definitiv, wenn es zu einer kommt, mindestens mildern kann. Er kann es mildern, wenn vielleicht sogar nicht ganz abwenden kann. Aber deswegen halten wir uns auch immer an dem möglichst, ich sage es mal in Anführungsstrichen, legalen Bereich. Ja, also zumindest mit, dass nur ein Fuß quasi im Gefängnis ist. Genau, also wir brechen nichts auf. Nein, nein. Wir haben auch keine Hilfsmittel dabei. Ich wollte es gar nicht sagen, ja. Ich meine, wenn halt mal eine Tür irgendwie, weil davor schon so viel Dreck liegt oder dahinter so viel Dreck liegt, da drückt man dann natürlich manchmal den Dreck ein bisschen weg oder schiebt den Teil auf die Seite. Das kann man dann nicht unbedingt, das kann man wirklich nicht als Einbruch oder als Sachbeschädigung werten, wenn ich den Dreck vor der Tür weg mache. Also da, wenn einer kommen sollte. Weil ich ja, der Einbruch ist ja mit einem Hilfsmittel. Ja, mein Fuß ist kein Hilfsmittel, weil den habe ich immer dabei. Ja, das ist, ja, ein Dreck wegräumen. Außer es wäre jetzt ein betonierter Dreck und du nimmst jetzt schon wieder einen Hammer und Meißel. Ja, das ist aber, das ist dann schon wieder ein Hilfsmittel. Ja, aber dann hast du ja auch wieder ein Werkzeug genannt. Und wie es halt in anderen Ländern ausschaut, wie Österreich oder Italien, also in Österreich weiß ich, gibt es keinen Hausfriedensbruch in dem Sinn. Genau, sondern es gibt dann nur die Besitzstörung. Genau, und wie das Ganze gehandhabt wird in Österreich, habe ich ganz ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, also in Österreich ist es ein bisschen, ich sage jetzt mal, einerseits leichter oder handsamer, nicht ganz so streng. Auf der anderen Seite kann es aber strenger werden wie in Deutschland. Also das ist so ein bisschen, es gibt wie gesagt diese Besitzstörung. Das heißt, wenn du jetzt, das ist auch in Österreich unfassbar heiß diskutiertes Thema, weil es halt auch so eine Grauzone ist, weil im Endeffekt es eigentlich so ist, ist das Grundstück nicht ersichtlich abgegrenzt oder abgesperrt quasi. Dann gilt es nur als Besitzstörung, die nicht amtsfähig ist. Das heißt, du kannst wegen der Besitzstörung nicht angezeigt werden. Außer, es wird ausdrücklich mit einem Schild darauf hingewiesen, dass es beim Betreten zu einer amtsfähigen Besitzstörung kommt. Also halt wirklich drin steht, Betreten verboten und du bist da drin. Dann wurdest du im Vorfeld darauf hingewiesen, dass wenn du da reingehst, du eine Strafe kriegst. Also das ist in Österreich so geregelt. Ja, bei uns ist es ja so, es muss das Schild sichtbar angebracht sein und es muss deutlich erkennbar sein, anhand von einem Zaun oder Sonstiges, dass dahinter was ist, wo man nicht betreten darf. Einfach nur zum Beispiel, wie es beim Marvin im Video mal war, einfach nur... Eine Schranke quasi? Schranke. Ich kenne den Wort nur unter Schlagbaum. Ja, oder Schlagbaum. Einfach nur eine Schranke ist keine Absperrung des Grundstücks. Ja, weil das ist eigentlich lediglich, dient es um den Pkw-Verkehr vom Grundstück zu halten. Genau, und Fernhaltung, dass keine Kraftfahrzeuge dahinter fahren, aber man kann trotzdem per Fuß nach hinten gehen. Wie es in Italien jetzt ist, wie es im Juli ist, da werden wir intern mal Gespräche führen mit meinem Lieblings-Community-Anschauer, der mich immer wieder ein bisschen ärgern will. Der hat aber auch schon mal... Der hat mich immer wieder ärgert. Er macht's, er macht's. Aber er hat auch schon mal gesagt, dass er es nicht ganz weiß. Das Einzige, was er eben weiß, ist, dass es in Italien ein sogenanntes Niemandsland gibt. Genau, genau. Sprich, wo es keinen Eigentümer gibt. Was in Österreich übrigens genau das Gleiche ist, die Besitzstörung kann auch da nur vom Eigentümer gestellt werden. Da gilt allerdings die Ausnahme, wenn die Polizei dich in flagranti erwischt, ist das wie der Eigentümer zu werten. Das heißt, die Polizei, wenn sie dich erwischt, kann sie dich auch ohne Eigentümer dafür quasi anzeigen. Ja, die österreichische Polizei kann ich auch schätzen. Die kann auch ein bisschen mehr. Aber es ist mit dem Niemandsland in Italien, dass es da Abschnitte gibt, wo tatsächlich Niemandsland ist, was niemandem gehört. Genau. Das ist zwar zum Rausfinden wahrscheinlich, ist auch nicht unbedingt einfach, aber da kann man ja nicht sagen, je nachdem, wo man ist, dass man dann hoffentlich in einem Niemandsland ist. Aber das ist ja auch da ähnlich. Ich meine, die Italiener sind ja von Haus aus, wie du das selber auch schon mal gesagt hast, die sind ja auch ein bisschen gechillter oder... Die sind ein bisschen entspannter als die Deutschen. Entspannter, genau. Zwischen Italien und den Deutschen kommt ja der Österreicher noch mit zwischen Rhein, der ist ja noch mal ein bisschen entspannter als der Deutsche, aber noch nicht so entspannt als der Italiener. Das sagst Marco lieber nicht, weil der Marco war jetzt über das Wochenende in Österreich und der hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Wobei der in Niederösterreich war, bei Wien. Ja, es gibt in Österreich auch zur größte Kunhasei. Aber im Prinzip... Ich glaube, dass in Deutschland, in Österreich und Italien irgendwie keiner erfreut ist, wenn jetzt jemand um sein Haus schleicht, wo man weiß, was willst oder weil man nicht weiß, was derjenige dort will. Es ist halt immer so ein bisschen ein heikles Thema. Ist es lost, ist es nicht lost? Wann definiert man ein Haus als lost? Ja, aber dementsprechend ist halt einfach gesagt, es ist eigentlich egal, wie die Gesetzeslage in anderen Ländern ist. Im Prinzip gibt es einfach in jedem Land irgendwo Grenzen und die sollte man sich immer vor Augen halten. Egal, wo du bist, es kann dir eigentlich immer auch eine Strafe drohen. Ja, also eine Strafe kannst du in jedem Land kriegen. Genau, für das auch, dass du... Also du bist irgendwo in Afrika unten und... Und die kennen sowas nicht. Die wissen gar nicht, was Haus Friedensbruch ist. So quasi, ja. Aber damit muss man eigentlich immer rechnen. Also egal, in welchem Land das du bist, denk ab, das immer im Hinterkopf, das, was du machst, wird nicht jedem gefallen. Um es jetzt mal so. Genau, und ich rate auch eigentlich immer jedem, der mit diesem Hobby anfangen möchte, Fang erst gar nicht an. Fang erst gar nicht damit an, weil du kriegst mehr Schwierigkeiten, als dir lieb ist. Also wie gesagt, ich habe schon acht Anzeigen, glaube ich, jetzt hinter mir. Ich habe teute teute noch keine bezahlen müssen, aber du hast halt permanent Ärger. Richtig. Und je größer du auf YouTube wirst, umso mehr Anzeigen du bekommst, und umso größer werden irgendwann die Strafen auch. Am Anfang sind es nur 200 Euro, irgendwann sind es mal 1500 Euro. Und je nachdem, irgendwann zahlst du dann mal noch ein bisschen mehr. Richtig. Und Jorik und ich, wir waren ja auf unserer Harztour, auf einer Location, wo wir dann später im Hotel erfahren haben, dass der Sohn von der Eigentümer von dem Hotel, wo wir übernachtet haben, der ist auf dieser Location von der Polizei, in Handschellen abgeführt worden. Aber da haben wir ja eh schon mal drüber geredet, da muss aber irgendwas anderes geredet. Achso, da haben wir schon mal drüber geredet in der letzten Folge. Genau, aber da muss wahrscheinlich irgendwas vorgefallen sein, dass er sogar dann aus der Location was entwendet hat. Weil sonst wirst du nicht mit Handschellen rausbegleitet. Absolut nicht. Also die Polizei hat uns schon mehrmals aus der Location rausbegleitet. Aber wir sind immer noch freier Hand aus der Location rausgegangen. Und im Prinzip, ich habe mit der Polizei nichts. Ich habe mich bis jetzt immer mit der Polizei super unterhalten, super verständigen können. Mit Ausnahme jetzt am Allgäu, da war es jetzt nicht so. Die ihren Job machen. Ja, aus dem Allgäu, da war es jetzt eben nicht so. Ja, weil ich da eine dumme Sache gesagt habe, was ich vielleicht nicht hätte sagen sollen. Ja, aber ja. Aber da stehe ich trotzdem auch dazu. Ich werde diesem Hobby immer treu bleiben. Richtig, es ist halt einfach ein Hobby. Und genau. Ja. Gut, Thema Nummer eins ist damit, würde ich sagen, abgeschlossen. Genau, für sämtliche andere weitere Fragen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, in dem Fall Ihren Rechtsanwalt oder Ihren Präzisten um die Ecke. Ich wollte gerade sagen, am besten den Anwalt fragen. Der kennt sich da vielleicht ein bisschen besser aus. Der kennt sich da. Ja, auch vielleicht nicht unbedingt jeder, aber gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Anwalt, der nicht weiß, was Lost Place ist. War übrigens, ich war letztes Mal beim Arzt mit meinem Käppi und dann hat er gesagt, was das für eine Gruppe ist. Dann habe ich gesagt, bei Werner Explorers, das bin ich. Wieso, was machen Sie? Sag ich, ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Ich filme verlassene Orte und verlassene Häuser. Wow, Lost Place, geil. Ja, Kinder, schaut er sich auch gerne an. Immer mal wieder. Ob er mich jetzt abonniert hat, weiß ich nicht, aber vielleicht hätte ich ihm eine Visitenkarte da lassen sollen. Tja, doof, du hast keine Visitenkarte. Genau, deswegen hat er mich nicht abonniert. So wird es gelaufen sein, mein Lieber. Oh, ich brauche Visitenkarten, scheiße. Ja, bei meinen steht immer noch Abandon Adventure drauf, so wie auf einem Käppi. Also ich habe auch noch keine neuen. Ja, steht auf dem Käppi auch. Und auf deiner Homepage ist ja auch noch das Abandon Adventure-Logo. Also das hast du auch nicht geändert. Doch. In der Taskliste oben sind wir noch Abandon Adventure. Ach, da ist dieses A mit drin. Ach so, hat der den Namen nicht geändert, diese Wichser? Und ich zahle für den Scheißdreck 8 Euro im Monat. Den Namen schon, aber das Fahre-Icon oder wie das heißt. Ja, das bin ich auch froh, dass das jetzt endlich mal funktioniert hat. Also lasse ich das jetzt erst mal. Das Fahre-Icon. Es ist Lost Danny Startseite, aber du hast halt oben immer noch dieses große rote A. Aber das kann man auch lassen, weil im Merchandise ist ja hier übrigens nochmal Werbung für mein Merchandise und Dierksheim Merchandise. Da ist ja auch immer noch das Wortbild A als Design verfügbar. Also kann man das dann auch ruhig lassen. Genau, dein Wortbild ist ja da immer noch drin. Abandon Adventure. Endlich, wo ich mich an den Namen gewöhnt habe, macht er einfach einen anderen Namen. Ah, ist der einfach Lost Danny. Echt? Und es ist einfach, ja. Da war er gerade lost an dem Abend. An dem Abend war er lost und hat sich gedacht, ah ja komm, das übertragen wir mal. Jetzt machen wir einfach mal einen neuen Namen. Richtig. So, das zweite Thema. Das zweite Thema. Und das finde ich ist ein viel, viel, also das Thema jetzt mit Gesetzeslage in anderen Ländern war auch sehr, sehr spannend. Aber ich finde dieses Thema nochmal eine Spur spannender, weil, kurz die Frage von Urbex-Lola, die geschrieben hat, mich würde mal eine anständige Diskussion über Veränderungen in der Urbex-Szene interessieren. Diebstahl, Vandalismus, Karten und so weiter. Wie ihr persönlich die Veränderungen wahrnehmt. Ja. Wo fangen wir da an? Es ist auch ein sehr heikles Thema. Ja. Da kann man sehen, nämlich jetzt innerhalb kürzester Zeit unheimlich viele Freunde machen. Oder Feinde, nennst du es, wie es ist. Ja, Feinde, genau. Also fangen wir mal an mit dem Punkt Aufräumen, die sogenannte Cleaning. Das Cleaning, ja. Da hatte ich erst, war ja jetzt das Wochenende mit Marco unterwegs, Lost Dimensions, und da hatten wir erst tatsächlich dieses Thema, weil er zu mir gesagt hat, ihm ist aufgefallen, und die Frage kann ich auch an dich weitergeben, quasi, dass dieses Cleaning immer mehr zunimmt in letzter Zeit. Ja, das ist Tatsache. Also dieses Cleaning wird definitiv mehr. Immer mehr Leute gehen rein, stellen da drin um, räumen da auf, holen sich Tassen irgendwo raus, nur für ein fucking scheiß Foto. Richtig. Die Fotos an für sich schauen nicht schlecht aus, ja. Wenn sie es so gestehen. Aber das ist nicht mehr das Urbexen, was eigentlich dieses, früher war es, hieß es ja gar nicht Urbexen, früher bist du in das Haus reingegangen, hast dir das angeschaut, hast die Architektur bewundert, hast das Ganze, wenn noch was dasteht, ja. Aber mittlerweile werden ja ganze Zimmer umgestellt. Ja, um dekoriert auch. Nur um Fotos zu machen. Und das ist halt eigentlich, hat es nichts mehr auch mit dem Leitsatz, den wir in der Urbex-Szene eigentlich haben. Hinterlasse nichts außer Fußspuren. Richtig. Und mache auch nichts außer Fotos. Genau. Und die machen halt ihre Fotos und stellen vorher alles um. Ja, das... Da kriege ich jedes Mal das Kotzen, wenn ich das sehe, dass du irgendwo hinkommst und da sind die Betten gemacht worden. Da stehen die Tische, äh, die Stühle an den Tischen. Auf den Tischen steht Teller, Tassen, Messer, alles schön hingerichtet. Also wie wenn das da vor 15 Jahren, der, wo sie das Haus verlassen hat, vorher nach den Tisch deckt und dann stirbt und alles so stehen und liegen lässt oder einfach nicht mehr ins Haus kommt. Finde ich absolut bescheuert. Und wo es mir halt auch aufgefallen ist, warum das in der letzten Zeit häufiger wird, schaut's mal auf Instagram oder irgendwo. Es gibt jetzt mittlerweile so viele Fotos in einem Schlafzimmer vor dem Bett und vor dem Bett steht ein Kinderwagen. Ja. Diese Bilder häufen sich ohne Ende. Die Leute sehen, finden irgendwo einen Kinderwagen, schnappen sich den, wo ist das Schlafzimmer, stellen das da hin, weil da hat glaube ich einer mal mit angefangen und dann hat es der nächste gemacht und der nächste. Und von diesem Foto gibt es so viele, ich find's einfach nur schrecklich. Ich find's auch schrecklich. Es hat ja einfach nichts mehr damit zu tun. Jetzt mal ganz offen und ehrlich, was ist denn das Interessanteste an einem Lost Place? Der natürliche Verfall. Der natürliche Verfall, genau. Und den natürlichen Verfall sehe ich nicht, wenn ich vor dem Schlafzimmer mit dem Kinderwagen hab und das Bett gemacht ist und die Kissen noch hingerichtet, hat nichts mit dem eigentlichen verlassenen Ort zu tun. Es fehlt ja nur noch, wie es der Peach einmal so schön erwähnt hat, es fehlt halt nur noch, dass die mit einem Eimer Farbe kommen und dann die Wand noch neu streichen quasi. Dann die Wand noch streichen, weil sie schimmlig ist oder irgendwie so. Ja genau, das ist dann noch der nächste Punkt. Also ich mein, natürlich ist es ärgerlich. Da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, wenn du in eine Location kommst, in einer Lost Place und da drin ist halt übelst randaliert worden, alles irgendwie umeinander geschmissen, weil irgendwelche Volltrottel da drin randaliert haben. Natürlich ist das ärgerlich, aber dann ist das so. Dann habe ich als Urbexer Pech gehabt, wenn ich die Location zwar auf Fotos in einem Top-Zustand kenne und fahre dann da hin und sie ist halt leider randaliert, dann ist das aber so. So, dann gehe ich da nicht hin mit Müllsäcken und mit Besen und kehre dann da alles zusammen, dass das schön ausschaut, dass ich dann mein Foto machen kann und dann gehe ich wieder raus. Ja, es gibt auch einige, um es mal beim Namen zu nennen, es gibt auch einige YouTuber, die nur für ein geiles Thumbnail da drin rumräumen und sich da so ein paar Sachen zurechtstellen, nur damit sie ein geiles Thumbnail haben. Selbst das finde ich ist schon kacke. Mach fünf Fotos in dem Ding drin, so wie es gestanden ist und bastel dir da draußen ein anständiges Thumbnail, aber räum da nicht drin rum und stell da Sachen von einem Eck ins andere, nur für ein scheiß Thumbnail. Der nächste kommt dann und riecht wieder was her und es ist auch eine Art Verwüstung, wenn ich das drin rumräume und da irgendwas abmache und irgendwo hinstelle. Ja, und das Schlimme ist halt, ich meine, wir machen ab und zu mal, dass wir von dem Tisch kurz was wegstellen, um da unser Stativ drauf zu umstellen für das Foto und was machen wir dann danach? Wir stellen es wieder zurück. Wobei ich das, ja, das kommt bei mir so selten vor, dass ich irgendwo was wegstelle, was umstelle. Und warum? Weil wir selten von drin ein Foto machen für das Thumbnail. Was ich natürlich oft mache, dass ich irgendwelche Ordner durchwühle, dass ich da reinschaue, also warum, wieso, weshalb, kann man da irgendwie rausfinden, warum es verlassen worden ist. Aber selbst Briefumschläge, die ich aufmache und die Briefe raushol, die Briefe lege ich wieder zusammen in den Briefumschlag und lege den Brief wieder dahin, wo ich ihn herhabe. Richtig. Ob den der Eigentümer da hingelegt hat oder irgendeiner anderer, der da vorher durchgegangen ist, weiß ich ja nicht. Selbst den Ordner, den ich aus dem Schrank raushol und reinschaue, was steht da drin, wird wieder zugemacht und wird wieder zurückgestellt. Außer er liegt halt schon auf dem Tisch, dann lasse ich ihn auch auf dem Tisch liegen. Aber dass ich da jetzt irgendwie rumräume und ich mag es nicht und ich heiße es auch gar nicht gut, dass man sowas macht und solche Urbexer, angeblichen Urbexer, haben in solchen Locations auch nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Ja, die haben einfach ein falsches Hobby. Man muss es so klipp und klar sagen, weil wenn die nicht mal das Wichtigste an dem Hobby verstehen, ja, dann gut. Ja, das hat wenig was mit dem Hobby zu tun. Das ist halt dieser Urbex-Kodex. Der wird schon lange nicht mehr eingehalten. Von vielen nicht mehr, ja. Mach deine Fotos und hinterlass nichts außer deine Fußspuren. Und das machen die wenigsten. Ja, versuch das mal in Tschernobyl zu machen. Da wünsche ich dir übrigens ganz, ganz viel Spaß, weil das machst du nicht lange, das machst du für ein paar Sekunden und dann wirst du von der Militärpolizei rausgeführt. Genau, bei dir mögen die es nämlich gar nicht, dass du da rumräumst und rumstellst. Ist ja auch richtig so. Ja, das gehört sich auch nicht. Und deswegen, ich wünsche solchen Leuten eigentlich immer, dass die in Flagranti, so wie wir, in dem Hotel erwischt werden und dann haben die da gerade irgendein Möbelstück in der Hand. Ich würde es so wünschen. Polizei kommt hoch und die haben gerade irgendein Gegenstand in der Hand. Oder man sieht, dass sie gerade was umgestellt haben oder am Umstellen sind, ja, weil dann ist es nicht nur Ausfriedensbruch, dann ist es auch Sachbeschädigung. Genau, das wird dann schnell mal als Sachbeschädigung gewertet. Aber gut, das mal zu dem Thema Cleaning. Cleaning, genau. Kommen wir zum nächsten. Die nächste, das nächste, Diebstahl. Auch das ist natürlich in letzter Zeit, nehmen wir, das zumindest häufiger war. Da bin ich aber der Meinung, dass ich sage, das gab es schon vorher und das wird es auch immer geben. Das ist leider wahr. Diebstahl gab es schon immer, das gab es schon früher. Es sind schon immer die Sachen geklaut worden im kleinen Stil, im großen Stil. Da hat sich nichts dran verändert. Was sich allerdings in dem Punkt verändert hat, nachdem wir ja immer mehr YouTuber werden, die dieses Hobby nachgehen oder nachgehen möchten, sieht man auch wieder immer mal den einen oder den anderen, der dann irgendein Kirschglas öffnet, zum Schauen, ob man die Kirsche noch essen kann oder nicht. Nur für Klicks. finde ich, ist auch ein absolutes No-Go. Ist auch. Da kommst du eh gleich in das nächste Thema rein, weil das ist in meinen Augen schon ein Fall von Vandalismus. Genau. Natürlich ist es Vandalismus. Ich nehme das Kirschglas raus, muss diesen Gummi rausziehen, macht quasi Plopp oder andere, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, der aber ganz genau weiß, wen ich meine, nimmt einfach mal fünf Keksdosen mit raus, die von 1980 sind oder irgendwie so und schaut, ob man die noch essen kann. Ja. Nein, das hat nichts mit Urbexen zu tun und das ist auch kein, nein, das ist in meinen Augen Diebstahl. Ja. Weil ich glaube, ein Tümer, der nicht mehr in diesem Haus ist, die Kekse, die Kirschen oder was auch immer und nur für ein, nur für scheiß Klicks im Video, also eine Keksdose rausnehmen auf der Location, aufmachen, schauen, ob man die noch essen kann oder irgendwelche Einmachgläser öffnen, nein, ist in meinen Augen ein absolutes No-Go. Ja, aber auch hier bei dem Thema Vandalismus, auch das ist ein Problem, das nicht erst seit kurzem, sondern das gab es auch schon immer und es gibt da die unterschiedlichsten Variationen, entweder es wird dann einmal komplett alles verwüstet, es wird ja da auch dann ganz oft immer gesagt, das seien wir YouTuber schuld, weil man über uns die Location findet, aber da haben wir auch schon mal gesagt, es ist ganz, ganz oft so, dass es die Dorfjugend ist und denen ist das, bei denen ist das vollkommen wurscht, ob wir darüber ein Video gemacht haben, weil die haben unser Video wahrscheinlich nicht mal gesehen. Die, genau, die, aber das mit dem Vandalismus, das war vor 30 Jahren schon, das war vor 40 Jahren schon, das war immer schon. Also Vandalismus hat schon immer stattgefunden. Aber das wird auch immer stattgefunden. Sag mir nicht, ganz ehrlich, hast du nicht auch schon mal irgendwas gegen die Wand geschmissen, damals eine Flasche irgendwie gegen die Wand geknallt oder mit einem Stein gegen die Scheibe geschmissen, wie die Scheibe, also ich habe es schon gemacht damals. Ja, also ein Stein mal gegen eine Scheibe geschmissen bei einem abbruchreifen Haus, ja. Meiner Freundin habe ich jetzt letztens, wo wir durch meinen Geburtsort, also in dem Ort, wo ich klein war, gewohnt habe, da habe ich ja auch so eine Story erzählt, ja, sie ist verjährt, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt großartig erzählen will. Lass uns lieber. Lassen wir es lieber. Wir haben, okay, um es kurz zu machen, wir haben gedacht, dass ein Haus abgerissen wird und haben halt von dem einfach mal das Dach von der Garage abgedeckt, also die ganzen Dachschindeln abgemacht und auf den Hof geschmissen und dann ist er in den Hof reingefahren und wir zack, vom Dach herunter und weg. Ja, das hat man halt gemacht, weil man jung und dumm war und da nehme ich mich auch nicht von, da schließe ich mich auch nicht von aus, habe ich damals auch gemacht. Du gehst in so ein altes Haus rein mit, keine Ahnung, 18, 19 und siehst irgendwie eine Glasscheibe, eine riesengroße Glasscheibe und denkst, jetzt willst du mal sehen, wie so eine Glasscheibe zusammenfällt. Nimmst einen Stein und schmeißt einen Stein in die Scheibe rein. Richtig. Und dann, wow, geil, wie ist die Scheibe zusammenhaut. Ja. Jetzt mittlerweile, weil ich halt auch ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Locations habe, ich schätze jetzt halt mehr wert oder anders wert, deswegen schaue ich immer zu, und liegst, dass ich nichts beschädige, dass ich, wenn ich irgendwo reingehe oder irgendwo schon drin bin. Mir tut es ja manchmal sogar schon weh, wenn ich über bestimmte Sachen drüber steigen muss. Richtig, richtig. Und dass du dann da mal knackst. Und wenn es da dann was knackt oder irgendwas, tut einem das schon leid. Aber das ist natürlich auch keine Absicht, da steckt ja auch keine Absicht dahinter quasi und das ist natürlich nochmal ein bisschen anders zu bewerten. Aber warum es jetzt da vor allem, glaube ich, ging, war halt vor allem um den bewussten Vandalismus. Also da gehört auch das Beschmieren von Wänden dazu, da gehört, wie gesagt, das Einschmeißen von Fenstern, was natürlich ab und zu für uns hilfreich ist, weil wir dadurch halt einfach auch gewisse Locations betreten können, brauchen wir nicht drüber reden. Klar. Aber als andere halt, also es gehört halt, muss halt nicht sein, dass da ganze Wohnungen oder ganze Häuser komplett verwüstet werden, weil man sich da so Spaß draus macht, von mir aus auch unter Alkohol, was für mich aber keine Ausrede ist, dann da drin ist und dann da, weiß ich nicht, die komplette Einrichtung verwüstet, weil du schon sagst, es gehört mir ja nicht. Aber das ist Tatsache, das hat nicht zugenommen, das ist nicht mehr geworden, das ist nicht weniger geworden, das gab es damals schon, das ist heute noch. Leider ist es so, aber wie gesagt, ich nehme mich da nicht außen vor. Habe ich damals auch das eine oder andere Mal gemacht. Und was halt jetzt in der heutigen Zeit halt ist, dass es immer mehr gibt, die solche Location finden und sehen. Und wenn halt jeder jetzt in einem Gebäude eine Scheibe einschlägt, ist nach drei Wochen keine Scheibe mehr im Haus. Richtig. Also das geht dann auch schnell. Und man muss auch dazu sagen, und da kommen wir auch nochmal zum Diebstahl und zum Vandalismus, also beides finde ich, die Wahrnehmung ist halt aktuell so, dass das mehr kommt, weil es ja auch immer mehr Leute gibt, die dieses Hobby machen und auf YouTube und Videos und auf Instagram Bilder zeigen. Es gibt ja dann momentan, und ich kann mir da vorstellen, warum es auch bei dem Post da auch ging, es gibt ja dann momentan ein bestimmtes Haus, wo der Eigentümer schon verzweifelt sagt, von wegen, Freunde, das ist kein Lost Place, auch wenn da aktuell niemand wohnt. Und trotzdem kommen immer wieder Leute und verwüsten da drin alles. Und der Eigentümer ist schon vollkommen verzweifelt. Das hatten wir auf unserer Harztour auch. Aber ich glaube, da reden wir drüber, wenn wir dann mit dem Jorik über diese Harztour reden. Wir hatten nämlich auch eine Location, wo der Eigentümer am Verzweifeln ist. Richtig. Und wir dann auch die dementsprechenden Schritte dazu eingeleitet haben, um das Ganze vielleicht ein bisschen einzudämmen. Aber da reden wir dann mit dem Jorik, wenn wir über dieses Thema reden. Also, dass es mehr geworden ist, glaube ich nicht. Die Wahrnehmung ist halt einfach so. Die Wahrnehmung ist anders, weil es viel mehr in den Medien jetzt ist. Jetzt auch ist, genau. Und dann kommen wir zum, glaube ich, wichtigsten Thema. Und dem Thema, wo wir uns jetzt vielleicht mit dem einen oder anderen ein bisschen verscherzen können. Und das ist Dirk und mein Lieblingsthema Lost Place Karten. Mittlerweile gibt es ja nicht nur Lost Place Karten. Mittlerweile gibt es ja sogar Lost Place Apps. Und die werden auch immer mehr und immer mehr. Und mein ganz einfaches Statement zu diesen Karten und zu diesen Apps, wenn diese Karten und diese Apps nicht geben würde, hätten wir nur noch halb so viele YouTuber, die Lost Place machen. Oder noch weniger. Weil ich glaube, die Hälfte oder über die Hälfte von diesen neuen YouTubern arbeiten nur diese App ab. Oder sind durch diese Map durchgegangen. Ja. Weil wie einfach ist das? So, ich brauche heute ein Video. Dann nehme ich mein Handy und schaue mir und suche mir die beste Location raus. Boah, die schaut geil aus. Da fahre ich jetzt hin, mache ein Video. Das bringt mir so und so viele Aufrufe, so und so viele Abonnenten. Das ist kein Urbexen. Das ist einfach irgendwo hinfahren als Straßenreporter, Video machen. Boah, schau mal, wie geil ich bin, was ich gefunden habe. Nein, du hast es nicht gefunden. Richtig. Eine Karte hat es gefunden. Wie viele Videos haben wir auf unserem Kanal, die bis heute noch auf keiner Karte und in keiner Map stehen. Da haben wir einige. Einige. Das ist das, was ich immer wieder sage. Den Vorteil, den wir beide haben, ist, dass wir halt einfach Locations zeigen, die du bei sonst niemandem siehst. Genau. Weil sicherlich der ein oder andere findet sie dann auch irgendwann. Aber die sind nicht auf irgendeiner Karte zu finden, weil wir uns die Mühe machen, diese Sachen wirklich selber rauszufinden. Wir haben eine eigene Karte, die ist aber nicht öffentlich, die ist wirklich nur für uns. Über die fahren wir. Aber da haben wir uns die Locations selber rausgesucht. Entweder durchs Vorbeifahren, durch Google Maps durchforsten oder durch irgendwelche Zeitungsartikel und da umeinander forsten. Oder wir finden es einfach zufällig, weil wir irgendwo durchfahren. Und dann, wir haben ja mittlerweile, also der Daniel und ich, wir haben da ein geschultes Auge, sage ich jetzt mal, dass wir das von außen schon teilweise sehen, oh, das ist interessant, das ist lost. Und wir haben da einige Locations schon, die immer nach wie vor noch auf keiner Karte sind. Richtig. Und du hast ja damals auch stolz. Wenn wir jetzt noch nicht so viele Aufrufe haben und Abonnenten, wobei wir auch schon einige haben. Aber da bin ich stolz drauf, dass wir viele Videos haben, die wir gefunden haben. Genau. Und nachdem ich das ja auch seit einigen Jahren mache, dass von mir kein Mensch, egal wer, irgendeine Location bekommt. Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Es gibt da so das eine oder andere Hotel, das ich entdeckt habe als allererster und das mittlerweile auf einer Karte steht. Richtig. Und zwar inzwischen aber auch nicht mehr lost? Mittlerweile auch nicht mehr lost. Mittlerweile hat der Eigentümer auch ein Schild schon draußen stehen, dass es kein Lost Place ist und dass es bewacht wird und dass es zu einer Anteil kommt. Aber eigentlich mein kurzes, knappes Statement zu den Apps und zu den Maps, wenn es die nicht gäbe, wäre YouTube, was die Urbex-Szene angeht oder die Lost Place-Szene angeht, halbiert. Mindestens. Weil viele sich gar nicht die Arbeit machen, die Location so zu suchen, wie man sich die Location normalerweise sucht, sondern nutzen einfach eine Liste. Diese Liste arbeiten sie ab. Ich habe Jurek schon gesagt, was machst du eigentlich, wenn diese Liste mal abgearbeitet ist, dann schließt du deinen YouTube-Kanal, weil du keine Videos mehr machen kannst. Ja. Und so wird es vielen anderen auch gehen, wenn die App dann nicht mehr da ist oder sie alle abgearbeitet haben. Gut, dann ist noch das Ausland da, dann kann man das Ausland abgrasen. Ja. Richtig. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil das ist eigentlich, wie gesagt, auch ein großer Teil von Urbexen Lost Place. Die Locations selber raussuchen, hinfahren, abchecken, ist die überhaupt lost? Komme ich da rein? Und nicht schon im Vorfeld zu wissen, was einem da erwartet, wo man rein kann. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Wie oft sind wir irgendwo, wo wir davon ausgehen, es ist lost? Und im Nachhinein stellt sich dann raus, oh nee, ist doch nicht lost? Oder es ist lost, aber wir kommen nicht rein? Nicht rein, ja. Natürlich ist sowas ärgerlich. Wenn ich überlege, wir beide unsere Tour durch den Bayerischen Wald, die leider eine Nullnummer war. Absolut. Aber auch dazu. Das gehört halt mal dazu. Wie oft hatten wir das schon? Es gab sogar auch mal Zeiten, da haben wir monatelang nichts gefunden. Ja. Da wirst du lästig, da braucht man nicht drüber reden. Aber es ist halt mal so, das gehört halt mal dazu, das passiert auch am Peter. Und dann macht man einfach so ein Video mit einer Trabrennbahn, weil man halt gerade nichts anderes da hat. Dann macht man halt die Trabrennbahn. An dem Tag haben wir schon ein bisschen mehr gefunden. Das war sogar ein besserer Tag. Wir haben die Trabrennbahn auch gefunden und haben ein paar andere auch schon. Und die war jetzt auch nicht so interessant. Das war ein Gebäude, wo man nicht reingekommen ist und eine Trabrennbahn, die sich so gut wie jeder so anschauen kann. Da muss man nicht mal irgendwie Rebexer sein oder irgendwie so. Nein, das nicht. Aber man müsste da hinfahren. Und für einige unserer Zuschauer ist das schon ein Tagestrip. Also dementsprechend ist es trotzdem okay, auch mal sowas zu zeigen. Ja, deswegen habe ich es auch online gestellt. Sensationen. Ich habe viele Videos, die jetzt nicht die Highlights sind. Nee, aber das gehört auch dazu. Das ist genauso Rebexer. Das gehört auch dazu. Man muss sich nicht die Rosinen aus dem Kuchen ziehen. Außerdem sprichst du ein großes Publikum an und dem einen gefällt sowas, dem anderen gefällt sowas. Genau. Eben. Und wir haben ja das ja auch schon mal gehabt, das Thema mit dem Peter. Der Peter hat halt auch einen ganz anderen Blickwinkel für einen Los Plays, dadurch, dass er Fotograf ist. Für ihn sind Sachen interessant, die für uns recht schwierig in ein Video zu packen sind. Da habe ich im Hart ein mega geiles Haus gefunden. Ich weiß gar nicht, ob der Peter da schon mal war. Das wird er dann im Video sehen. Ich glaube, dass da nicht allzu viele YouTuber darüber ein Video machen, aber ich fand die Location mega. Mega. Architektur. Architektur ist ein ganz wichtiger Punkt beim Peter. Du siehst es bei den Kalender auch immer wieder. Das war dieses Haus. Das hatte eine mega geile Architektur. Ich nenne es das Kartenhaus, weil wenn du unten einen Stein noch rausziehst, dann fällt alles zusammen. Aber architekturmäßig ein Traum. Und es wird geil, das Video, das weiß ich jetzt schon, weil es allein von der Architektur einfach geil ist. Es ist komplett leer, es ist kurz vorm Einstürzen. Es ist riesengroß, aber es ist mega geil zum Anschauen. Ja. Und das ist halt, ja. Und da ist halt dieser Blickwinkel ist halt auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und deswegen finde ich es auch okay, dass man mal, wie du jetzt auch sagst, in ein leeres Gebäude reinsteigt, wenn es da trotzdem was Interessantes zum Sehen gibt. Und wenn es nur die Architektur ist. Aber das ist ja egal. Und der natürliche Verfall des Gebäudes. Und der natürliche Verfall war in dem Haus besonders geil. Also das, da verspreche ich euch nicht so viel, aber das Video, das ist mega. Das werden sich auch keine 50.000 Leute anschauen, aber die, die es sich anschauen, werden, wird das Video gefallen. Eben. Und dementsprechend ist das, finde ich, voll in Ordnung. Aber was ich halt wirklich schade finde, ist halt einfach diese Kultur, die es inzwischen in der Urbex-Szene gibt, dass sich nicht mal mehr die Mühe gemacht wird, diese Sachen selber rauszufinden. Und teilweise ist es wirklich nicht schwer. Jetzt sind wir ganz offen und ehrlich. Man guckt sich von bestimmten YouTubern halt einfach, und ich will jetzt auch hier keinen Namen nennen, aber man guckt sich einfach von bestimmten YouTubern die Videos an. Und achtet halt mal ein bisschen mehr auf die Details. Tastatur immer bei Handhaben, dass man mit der Leertaste ganz schnell auf Pause drücken kann. Und dann dauert es teilweise keine zwei Minuten. Und man hat eine richtig geile Location, und da braucht man keine Karte. Und das Gefühl ist doch viel, viel geiler, wenn du dann nach Stunden der Suche eine Location findest und sie markieren kannst. Das ist doch wie ein Sechser im Lotto. Das ist ja, also... Und dann hinfahren kannst und dann feststellst, boah, sie ist Lotto. So wie ich letzte Woche wieder diese eine Location gefunden habe. Ich sage es extra nicht, was es für ein Ding war, aber durch Zufall gefunden, da fahren wir demnächst mal hin und schauen uns das an. Also da können wir uns auch Zeit lassen, weil die ist ja in zehn Jahren auch noch lost. Ja, definitiv. Aber das ist halt auch das, was das Urbexen ausmacht, dass man sich die Sachen selber sucht. Finde ich auch, ne? Dass man das Entdecken, diese Erwartung, kommt man rein, ist das lost, wie schaut es aus? Aber im Vorfeld in der App schon mal reinschauen und mit Bildern sogar noch, wie es innen drin ausschaut, finde ich eigentlich total langweilig. Langweilig, ja. Und nur, damit ich ein Video habe. Was man natürlich noch erwähnen muss und uns geht es jetzt gar nicht darum, die App oder so eine Karte auch mal zusätzlich zu nutzen. Wenn man jetzt, das haben wir mir auch schon ein paar Mal gemacht, wenn man jetzt wirklich in der Gegend stand und wir haben unsere Karte abgearbeitet und dann hast du noch Zeit. Ja, mein Gott. Dann nutze ich die Map auch. Genau, dann hast du da mal reingeguckt. Wenn man irgendwo in einem Gebiet ist und zwei geile Locationen gefunden hat, es gibt sie. Warum soll man sie nicht auch nutzen? Aber es gibt halt welche, die nutzen ausschließlich diese Map oder App. Man muss ja mittlerweile aufpassen, was man sagt. Das eine ist ja die Map, das andere ist die App. Ja, genau. Die nutzen ausschließlich das und das finde ich halt traurig. Und vor allem, wenn halt dann nicht mal mehr der Blick für was anders dann da ist. Genau. Das ist halt dann auch einfach schade. Die fahren dann in irgendeine Richtung und sehen dann nicht, was rechts oder links noch steht. Was wahrscheinlich wesentlich interessanter ist, als das, was auf der App ist. Ja, weil das auf der App. Richtig, das auf der App kennt jeder. Und wenn du Pech hast, schaut die halt eben, weil sie auf einer Map oder in der App drin ist, nicht mehr so aus, wie sie mal ausgesehen hat. So ein Zufallsfunk, der nirgendwo draufsteht, der ist halt so 80 Prozent, wenn da nicht die Dorfjugend schon da war, ist die halt noch wirklich original. Ich bin sogar schon von zwei Ausländern gefragt worden, wo denn diese Location ist mit dem roten BMW. Sie wollen unbedingt Fotos mit dem roten BMW machen. Wir machen, ja. Aber das ist halt ein Zufallsfund, wo wir dran vorbeigefahren sind. Den werden wir nicht hergeben. Das eine war ein Model aus Tschechien. Ich habe auch einen Instagram-Account angeschaut. Die macht also ihre Bilder an dem Auto, mit dem Auto, in Location auch drin und die wollte halt unbedingt wissen, wo steht dieser rote BMW. Es ist aber interessant, dass die sowas macht. Ja. Nee, 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 hergeben tun wir es nicht. Absolut nicht. Auch nicht an ein Model. Aber das ist ein interessantes Hobby. Naja, es gibt, haben wir doch auch schon gesehen, dass wir einige, war das nicht sogar, in unserem Hotel, was jetzt umgebaut wird, dass die da mit einem Hochzeitskleid reingerannt sind. Hotel, das jetzt umgebaut wird. Jetzt bin ich gerade überfordert. Wo wir die Random Mission gemacht haben. Ach so, ja natürlich, da sind die mit einem Hochzeitskleid rein, während unserer Random Mission übrigens. Genau. Frechheit, falls ihr das hört, Grüße gehen raus, aber trotzdem Frechheit. Die folgt mich auf Instagram noch. Die folgt ihr eh noch, ja, siehste, ja. Aber das war natürlich, ja, die sind ja dann in die Basis gelaufen und haben ja dann da auf irgendwelchen Sesseln, die ja noch da gewesen sind, haben die ja dann ihre Bilder in dem Hochzeitskleid gemacht. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Wir waren noch in dem einen Hotel drin, die sogar den ganzen Raum abgesperrt haben und draußen Leute hingestellt haben, dass wir nicht rein dürfen. Da, wo der Fernseher eigentlich drin stand, ja. Genau. Kann man aufsagen, weil es ja... Aktaufnahmen gemacht haben oder irgendwie so. Kann man sagen, weil es kein Los Plays mehr ist, Hotel Atlantis in Uberwiesenthal. Oder wir hatten das ja auch schon in der Therme. Genau. Da, wo die auch dieses Shooting gemacht haben, ja. Also es, man sieht ja auch viele, die jetzt, ich sag jetzt mal, mit Los Plays nichts zum tun haben oder mit den Urbexen, die aber die Location an für sich cool finden und da dann halt ihre Models hinstellen oder auch mit dem Auto hinfahren und ihr Auto abfotografieren in Location. Finde ich, finde ich aber trotzdem ist es immer noch ein Teil von Urbexen, zumindest vor allem die Fotografen, die halt Model-Shootings in einem Los Plays machen, weil die genauso die Locations auschecken im Vorfeld. Die suchen sich die auch. Sie haben halt ein anderes Motiv. Also die Fotografen, die ihre Models im Los Plays machen, die haben vielleicht nicht den Blickwinkel für das Detail. Aber die wollen diese Location haben oder die wollen halt den Hintergrund haben wie in Los Plays. Es gibt ja auch Bands, die in so Location spielen, weil die Location halt einfach geil ist. Die machen ja ihre Musikvideos, ja. Aber das ist, wobei man da dazu sagen muss, dass es ganz oft ist, das halt einfach offiziell, weil bei so einem Musikvideo ist das natürlich nochmal eine ganz andere Spur. Da musst du ja deutlich mehr aufbauen und die machen das oft mal sehr offiziell. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Da gibt es direkt Locations, die man dafür buchen kann. Die sind zwar kein Lost Plays, schauen aber halt so aus wie eins. Die schauen so aus wie eins, ja. Und dann kann man das natürlich auch lockerflockig machen. Da sind wir mir auch aktuell am Überlegen. Da haben wir auch von einem Spätzl, der hat sich ein Haus gekauft und daneben ein neues gebaut. Und in dem alten Haus ist halt noch die komplette Einrichtung drin. Und das ist halt auch seit Jahren nicht mehr genutzt. Es ist nicht Lost, weil er wohnt ja da. Aber er nutzt diesen Teil nicht mehr. Und da sind wir auch aktuell gerade dabei, uns da tatsächlich drinnen, ein Musikvideo zu drehen auch. Wow, cool. Also kann man auf jeden Fall machen. Und ich hätte genug Locations, aber für offiziell wird es halt schwierig. Für offiziell wird es manchmal etwas schwieriger, weil du kannst da nicht mit so viel Ausrüstung und alles hinfahren. Und so viel Mann dahin, ja. Das ist halt das schwierige Thema. Und bist du auch nicht leise. Nee, das ist halt das, als wenn du da ein Musikvideo drehst, bist du halt laut. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Neben dem, dass du mit deutlich mehr Mann da reingehen musst, du bist halt laut. Ja, und um das Thema abzuschließen von der Urbex Lola, wo ich wirklich sage, was tatsächlich zunimmt in letzter Zeit. Das ist aber wahrscheinlich auch nur der Zeit aktuell geschuldet, ist das Lost Places verschwinden. Also ich habe so das Gefühl, es wird momentan ein bisschen mehr Geld wieder in Immobilien gesteckt, was die letzten Jahre eben nicht der Fall war, aus welchen Gründen auch immer. Zumindest bei uns in Bayern. Also in Bayern ist es extrem. Also es verschwinden immer mehr Lost Places, weil sie entweder abgerissen oder saniert, verkauft und keine Ahnung. Also wenn ich jetzt da bei mir in der Umgebung schaue, es ist alleine im letzten Jahr, glaube ich, sind mindestens 10, wenn nicht sogar 20 Lost Places verschwunden. Es sind bei uns unheimlich viele, ja. Genau. Also das ist was, was mir aktuell auffällt. Wird wahrscheinlich einfach an der Wirtschaftslage aktuell liegen, dass man jetzt Geld ausgibt, weil jetzt ist es noch im Verhältnis durch Inflation geht es noch, aber wenn die Inflation immer weiter steigt, dann wird es dann irgendwann unbezahlbar. Dass das eher daherkommt, würde ich jetzt mal sagen. Und die Jahre davor hat man sich halt nicht so getraut und so ist jetzt meine Vermutung. Also das ist eine Sache, wo ich sage, okay, die nimmt zumindest bei uns in der Region aktuell... Das haben wir auch schon mal durchgesprochen, dass bei uns in Bayern die Locations nicht recht lang halten. Ne, also selten, mit Ausnahme natürlich von Bauernhöfen. Die halten teilweise sehr, sehr lange, aber es ist halt, habe ich auch zu Marco gesagt am Sonntag, es ist halt aber langweilig, wenn du die ganze Zeit dann nur noch Bauernhöfe hast. Ja. Das ist zwar das, was bei uns in Bayern am häufigsten findest. Du findest hier wenig Kliniken, nicht ganz so viele Hotels, zwar auch einige, aber halt nicht so viele wie... Aber Bauernhöfe haben wir halt wie Sand am Meer. Ganz genau. Und wenn du halt dann schon den zehnten Bauernhof am Stück jetzt gefilmt hast, dann bist du halt irgendwann geschädigt und sagst, jetzt will ich mal wieder ein Hotel oder ein Krankenhaus. Genau, genau. Es ist halt einfach mal so. Ist mit dem Anschauen das Gleiche. Wenn du zehn Bauernhöfe gesehen hast, dann willst du irgendwann mal was anders sehen. Richtig. Ein Autohaus oder so oder einen verlassenen Lkw-Friedhof. Ja, genau. Ja, meine Lieben, nochmal vielen, vielen Dank an die beiden Zuschauerthemen, die wir bekommen haben. Schreibt weiter fleißig eure Vorschläge. Auch in dieser Folge werde ich wieder euer Themenvorschlag als Frage oben reinposten und dann klatscht da mal rein, über was wir sonst so reden wollen. Gerne bevorzugt über Lost Place, Urbexen, aber auch über irgendwelche banalen Themen. Sei es aus dem Privatleben, sei es über Meinungen von irgendwelchen Themen. Es darf auch gerne irgendwas sein, was überhaupt nichts mit YouTube, Lost Place etc. zu tun hat. Sowieso. Auch einfach mal da eine Frage reinschreiben. Wir werden versuchen, sie Anna zu analysieren, diskutieren und euch da so unsere Meinung auch kundzugeben. Genau. So habe ich das jetzt, glaube ich, recht schön formuliert, oder? Perfekt. So, jetzt gibt es noch eine einzige Ankündigung, bevor wir hier diesen Podcast enden. Das ist dem einen oder anderen bestimmt aktuell aufgefahren, dass es aktuell keine Podcast-Videos gibt. Es liegt einfach nur daran, ich komme aktuell tatsächlich nicht dazu, diese Videos zu schneiden. Also ich tue mich momentan von der Zeit her ein bisschen schwer. Sobald ich wieder Zeit habe, werde ich wirklich alle fehlenden Folgen in einem Schlag hochladen. Dann habt ihr da einfach mal den ganzen Tag Zeit, euch die ganzen Folgen anzugucken. Weil ich momentan echt am Überlegen bin, die Podcast-Folgen auf YouTube tatsächlich auch ungeschnitten zu posten. Allerdings immer erst eine Woche verspätet. Also wenn ich das wirklich mache, dass ich sage, ich poste die Podcast-Folgen auf YouTube jetzt auch ungeschnitten, dann mindestens eine Woche verspätet als auf Spotify, Apple etc. Genau. Weil das ist für mich das Einfachste, weil ich schmeiße dann einfach nur die Videos rein, rendere es und ab dafür. Pauli Sau quasi. Ja, es ist momentan, ich weiß nicht wieso, ich kann mich momentan ein bisschen wenig dafür motivieren, um es jetzt mal so zu nennen. Podcast aufnehmen mit dir macht mir super viel Spaß. Also überhaupt gar kein Thema, das dann auch auf Spotify hochladen. Wenn ich nicht vergesse, den Tag anzugeben, wo es online gehen soll, dann ist das auch überhaupt gar kein Thema. Das ist mir halt letzte Woche passiert, da habe ich versehentlich den falschen Tag angegeben. Passiert. Tja, nein, passiert, wollte ich gerade sagen. Das war in meinem vorletzten Video, ging auch am falschen Tag online. Mit den ganzen Feiertagen, du kommst halt einfach durcheinander. Ja, das war ein Tag zu viel. Ein Tag zu viel, genau. Die Zeitumstellung war auch noch, glaube ich. Stimmt, die war auch noch mit dabei. Also total ist Chaos. Kann man sich dann schon mal mit einem Tag vertun dann. Genau, aber wie gesagt, mit den YouTube-Videos, ich werde versuchen, ab nächster Woche da dann wieder einen Anschluss zu finden, um es jetzt mal so zu nennen. Das, glaube ich, kriegst du hin. Ich denke doch auch. Ja, mein lieber Dirk, es war mir mal wieder ein Fest. Ja, mein lieber Daniel, mir ebenso. Das freut mich, das freut mich. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann schreibt das auch gerne uns auf Instagram. Denn diese Folge irgendwann auf YouTube landet natürlich auch unten in die Kommentare. Das ist natürlich ganz klar. Ansonsten abonniert uns natürlich da auch gerne auf YouTube. Ansonsten hier auf Spotify, Apple, weiß ich nicht, wie das da abläuft, und Google Podcast auch da mal abonnieren. Auch gerne mal eine Bewertung da lassen. Ich glaube, da heißt es Folgen wie überall anders auch. Folgen, ja. Danke an eure ganzen Bewertungen, weil ich glaube, wir sind jetzt sogar schon bei 10. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, wie viele Bewertungen wir schon bekommen haben. Und das sehe ich hier natürlich wieder nicht. Meine Güte, hier sind die Analytics. Das Video wird ja unnötig in die Länge ziehen. Ja, es ist einfach typisch. Du kennst dich eh aus, ja. Ja, nee, ich kann es jetzt hier tatsächlich nicht sehen. Danke Spotify hierfür, für nichts. Ich könnte mir noch schnell einen Kaffee machen, dann kannst du es auch noch mit reinschneiden, wie die Kaffeemaschine läuft. Ich habe nämlich vor, vor der Folge habe ich mir einen Kaffee gemacht und ich werde mir jetzt auch noch einen Kaffee machen, denn ich habe hier noch ein bisschen Arbeit liegen, aber dazu kommen wir in einer späteren Folge. Da kommen wir in einer späteren Folge. 10 Bewertungen sind es mit insgesamt 4,6 von 5. Also auch hier nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die tollen Bewertungen. Genau. Deswegen auch nochmal für euch da draußen, folgt uns, gebt uns da nochmal eine Bewertung ab. Ganz genau. So, jetzt kommen wir endlich zum Schluss. Euch da draußen einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, viel Spaß an der Arbeit und ganz egal, was auch immer ihr macht, von mir ein Servus. Und von mir ein Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.